Warte mal, ähm, Rolex GT. Sortieren nach höchster Preis. Ah ja, die, also, ich hab die gestern in Live gesehen. Das war das Ding. Digga, die sieht schon verdammt sexy aus, find ich. Die sieht schon geil aus, Digga. Warum gehst du nicht auf ein Juwelier? Ehrlich, ich guck immer als allererstes, ich guck immer Ebay, Digga. Ist das Rosé Gold? Ne, das ist doch normales... Das ist normales Gold, wie meine auch. Oh, das ist Rosé... Ne, das ist kein Rosé Gold. Nein, das ist normales, oder? Ja, das ist kein... Ne, für mich sieht das nach normalen Gold aus. Äh, Gelb Gold. Nein, das ist kein Rosé Gold. So sieht Rosé Gold aus. Das ist Rosé Gold. Was ist los mit euch? Das ist Gelb Gold, Digga. Was verunsichert ihr mehr nicht? Das sieht man doch ganz klar, dass das Gold ist, Digga. Normales Gold. Rosé Gold sieht so aus. Also, weiß nicht. Für mich sieht das nicht nach Rosé Gold aus. Das sieht so aus, wie normal Vollgold. Aber gut, hier... Ah, okay, ich muss euch... Hier sieht so ein bisschen Rosé-mäßig aus, ne? Naja, weiß nicht. Ne, ist aber Gelb Gold. Steht doch, muss doch hier irgendwo stehen bestimmt. Gold, bla bla. Gelb Gold. Hier, steht doch sogar. Ist Gelb Gold. So, und nun mal als Beispiel jetzt, Erik. Nur damit du nochmal Bescheid weißt. Diese Uhr gucke ich jetzt bei Ebay. Aber ich sehe jetzt gerade zum Beispiel, der Händler ist in Hamburg. Das heißt, ich könnte den theoretisch gesehen morgen anrufen und sie mir dann da rausholen. Weißt du, wie ich meine? Also, Glück jetzt natürlich, dass es Hamburg ist, ne? Die werden mir mal achtmalig halten. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich die Uhr geil, Digga. Irgendwie finde ich die Uhr mega geil. Aber ich muss dann auch nochmal gucken, Digga. Das ist auf jeden Fall nicht der finale Preis. Hässlich as fuck. Du, Geschmäcker sind verschieden, Digga. Weißt du, wie ich meine? Geschmäcker sind verschieden. Der eine fühlt die, der andere fühlt die nicht. Das ist diese Pepsi-Edition hier, oder was? Das ist Roségold, Leute. Aber es sah ein bisschen aus wie die Pepsi-Edition. Ihr wollt wahrscheinlich, dass ich mir sowas hier hole, ne? Sowas wollt ihr, dass ich mir sowas hole? Ne, tut mir leid. Vielleicht in Zeiten, wo jeder Rapper so einen hat, findet ihr das geil. Ich persönlich bin von Iced Out kein Fan, Digga. Und soll ich euch auch sagen, warum ich davon kein Fan bin? Du bezahlst für so einen Iced Out, denk, Unmengen an Geld. Weil die alle anzubringen, die Diamanten, etc. oder Brillanten, kostet unheimlich viel Zeit. Aber Fakt ist, im Grunde, diese kleinen einzelnen Diamanten, Brillanten sind gar nicht so viel wert. Zumindest ist das, wo ich mich schlau gemacht habe. Das lohnt eigentlich gar nicht. Ist viel Intelligenz. Iced Out lohnt nicht. Vom Wert jetzt her. Ich finde Gold viel, viel geiler. Ich bin Goldfreund schon immer gewesen. Die Silbernen in den Uren sind auch so fucking teuer geworden, Digga. Batman Edition. Sieht auch geil aus, ne? Sieht auch geil aus, finde ich. Was ist mit einer Submariner? Ich habe Vollgold Submariner, habe ich. Gold ist das Beste, immer wertstabil. Da muss ich dir widersprechen, Hanni. Also klar, Gold ist immer wertstabil. Aber die Silbernen sind mit die, die sich am meisten lohnen. GMT Master, ja, die ist auch schick, Digga. Die ist auch schick, Erik, auf jeden Fall. Aber ihr müsst euch so vorstellen. Kaufe ich mir so eine, muss ich mir auch eine fette Silberkette, beziehungsweise eine Platinkette dann anfertigen lassen, damit das dann optisch wieder zusammenpasst, ne? Dann wäre das doppelt teuer. Weiß, Goldkette, ja, nee, bin ich kein Freund von, Digga. Geschmäcker sind verschieden, das ist ganz klar, Digga. Der eine mag die Uhr, der andere mag die Uhr. Aber ich sehe, wenn ich mir mal wieder eine hole, sehe ich sowas um mein Handgelenk. Die finde ich einfach schick. Und letztendlich, Digga, hole ich mir eine, die mir optisch gut gefällt. Das ist eine schicke Uhr für meinen Geschmack. Gibt natürlich noch andere geile Rolex, keine Frage, ne? Da wollen wir mal kurz, da fällt mir ein, wir gucken mal ein Video. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich das Video finde. Hier, das ist einer der schönsten Videos, die ich jemals gesehen habe. Und hört jetzt wieder auf, rumzutrollen mit Englisch, okay? Ich mache direkt in Mode-Oni rein. Einer der schönsten Videos, die ich jemals gesehen habe. Ich mache einen kleinen Monitor, damit ihr ihn die ganze Zeit seht. Also, das ist im Grunde so wie, ähm, wie heißt denn die Sendung nochmal? Auf dem Ersten oder ZDF, wo lief denn das nochmal? Wie hieß denn die Serie nochmal, wo die Leute Aussagen hinbringen können? Mods, help, help, help. Baris, Ferraris, genau. Im Grunde ist das auch sowas. Und der Opi verkauft jetzt halt seine Rolex, die er gefühlt vor 10 Millionen Jahren gekauft hat. Und er hat sie in Deutschland gekauft. Er hat es gesagt, dass es die beste Watch ever gemacht hat. Und er hat gesagt, dass du einen getrenst, bevor du nach Hause gehst. Und das ist die One I liked. Und du hast gehört von Rolex bevor das? Nicht bevor das, no. Ich habe nie gehört oder gesehen eine vorher. Ich habe nur gesagt, dass es ein Great Watch ist. Und es ist. Und du still wearest? Ich weiß nicht sehr oft jetzt. Es ist ein Kindeskart jetzt. Das ist so, es ist so ein schönes Video. Ein alter Opa, der damals eine Rolex gekauft hat, was damals, er werde glaube ich gleich noch sagen, er hat damals so viel Geld dafür bezahlt. Damals war ja das Verhältnis zum Geld nochmal ganz anders. Und er trägt sie gar nicht mehr. Er trägt seine Billiguhr und hat die immer rumliegen lassen. Heftig. Er hat alle Papiere, er hat alles noch zu der Uhr. Er hat keine Ausstattung. ausgetauscht hat, aber die defekten Teile oder die Teile, die er ausgetauscht hat, sogar noch übrig. Heftig. Einen für seinen Bruder. 120 Dollar für die Uhr, 1960. 1960 waren 120 Dollar, sagt er auch gleich. Digga, Unmengen an Geld. Die andere Watch, die ein bisschen Gold für den Bracelet, habe ich von meinem Vater gekauft. Oder für seinen Bruder. War das ein viel Geld, im 1960? Das war ein viel Geld. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat damals für diese Uhr 120 Dollar bezahlt, hat aber monatlich nur bei der Army 100 Dollar verdient. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, im Verhältnis, du verdienst dir jetzt zur heutigen Zeit, ja gut, kannst du mit heute nicht rechnen. Kannst du nicht mit heute nicht rechnen, aber... Okay, so that was over a month's salary. Yes. Do you know what this paper is right over here? No. Rolexes were sent to the Observatory in Geneva to be certified as chronometers. And that is the original chronometer bulletin that if you look on the left-hand side of it, you'll see the numbers, and they actually time the watch to tell what timekeeping it kept, plus or minus how many seconds it lost. We also have the original brochure on the watch. Everything's complete. You have the original hangtags. I'm very pleased to tell you that this watch today at auction is a very, very collectible watch. Just the watch on its own merit would be worth today between $35,000 and $45,000. But this watch is worth much more because you save the box and all the paperwork for it easily today. It's $65,000 to $75,000 in the market. Wow. Probably more than a month's pay in the military right now. Ha, 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 digga. I had no idea. Boah, ich krieg Gänsehaut. Gänsehaut, digga. Speculous. If you would have told me $15,000, I would have been happy. Digga. Livestream-Chat. Die Uhr ist 65.000 bis 75.000 Dollar wert. Er hat damals 1960 120 Dollar dafür bezahlt. Das ist einfach, ich hab das Erdbeinwort mir erstmal vorgeschlagen. Ich weiß nicht mehr. Ich hab Gänsehaut bekommen. Gänsehaut für ihn. Das ist diese andere Rente, die er sich dadurch gesaved hat. Das war Gänsehaut-Moment, Digga. Oder? Sagt ehrlich. Eins in den Chat. Man freut sich für ihn. Ist so, Eric. Man freut sich. Ist so. Allein seine Reaktion zum Schluss. Einfach schön. Einfach schön, Digga, ne? Er wusste das halt nicht mal. Das ist krank. Die hat irgendwie auch einen freshen Look, Digga, finde ich. Fühl ich mehr als die Gold, ne? Ja, aber ich Gold, Gold. Ich weiß nicht. Ich fühl Gold einfach mehr, Digga. Ich fühl Gold einfach irgendwie am meisten. Ich weiß nicht. Ich bin halt einfach der Gold-Typ, Digga. Ihr könnt mir sagen, Digga, die sind natürlich Geschmackssache. Auch die Submariner in Schwarz, Digga. Sieht einfach schick aus. Wie findet ihr die hier? Oh, die ist aber schon ein bisschen älter, ne? Gebraucht. Von 75, Digga. Holy Shit. Oh, ich finde die schick. Würde ich mir jetzt wahrscheinlich kaufen. Vor allen Dingen, weil es halt eine von 75 ist, Digga. Uh. Auch schick. Warum ist die so billig, Digga? Ah, weil sie von 88 ist. Und gebraucht. Und die kommt aus Los Angeles, Digga. Also insofern sowieso. Kaufen wir bestimmt nicht aus Los Angeles, Digga. Mal Zollauge. Die ist auch gebraucht, ne? Gebraucht. Was ist das für eine, Digga? Von 1989. Kauf dir Ice Out. Leon, sei mir nicht sauer, aber Digga. Wenn du Ice Out geil findest, dann guckst du halt einfach zu viele Rapper-Videos. Ice Out. Pisst euch mit Ice Out, Alter. Ich finde, Ice Out kann genau nur eine oder ein Typ Mensch tragen. Und das sind Schwarze. Gar nicht rassistisch gemeint. Ihr wisst, ich bin das Gegenteil von Rassist. Aber Schwarze, an Schwarzen sehen Diamanten hammermäßig aus. Alles, was helle Haut hat, finde ich persönlich, sieht mit Diamanten komisch aus. Justin, tut mir leid. Ich finde auch bei Justin, Ice Out passt nicht. Und Prinz Marcus, naja gut. Der ist ja nicht mehr weiß. Wenn das Bones hört, Digga, ist mir relativ Wayne Train. Ist ja nur meine Meinung. Ist ja meine Meinung, Digga. Und gut ist. So, alles erledigt. Auch eine neue Uhr gegönnt. Muss aber noch eingestellt werden und so. Ich zeige euch die später.